Die nebenstehende Abbildung ist nicht maßstabtreu. Frage, welche der sie betreffenden Behauptungen von diesen 5 ist richtig? Zu dieser Situation wenden wir sofort die Sinusregel an. x geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels ist dasselbe wie 3x geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Wir können diese Gleichung sofort durch x teilen und sie führt dann zu Sin Alpha gleich 3 mal Sinus von 10 Grad. Also ist die Behauptung B die richtige. Antwort auf die gestellte Frage B. Eine weitere Frage wird im nächsten Tutorial beantwortet.